Moins und Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Channel. Ja, die nächste Roadmap wurde angekündigt von Paragon und wir erfahren jetzt genau, was die Pläne sind, die Team SoulEve mit Paragon 4 hat, also Paragon the Overprime. Da gab es ja eine Roadmap, wovon noch nicht alles erfüllt wurde, die wurde ja immer so quartalsmäßig ausgespielt, da wurden aber schon für die nächsten Quartale einige Ziele genannt. Und jetzt wurde das Ganze ein bisschen angepasst, weil das Game, wie ihr alle wisst, ein paar Probleme hat. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe das Ganze einfach mal von ChatGPT auf Deutsch übersetzen lassen und wir werden das ganze Ding jetzt mal Absatz für Absatz durchgehen, darüber sprechen und gucken, ja was ist gut, was ist nicht gut und ja, im Hintergrund habe ich euch jetzt mal ein schönes Overprime Gameplay von Quang angemacht. Das könnt ihr, während ich hier labere und auf meinen Laptop schaue, wo nämlich der Text drauf ist, euch einfach zu Gemüte führen. So, also beginnen wir. Grüße Krieger, Paragon the Overprime. An alle unsere Krieger, die das Spiel weiterhin genießen und uns ihre Unterstützung zeigen, möchten wir euch über einige Änderungen an unserer zuvor veröffentlichten Roadmap informieren und darüber sprechen, wohin Paragon geht und was als nächstes kommt. Zuerst möchten wir über die Änderungen an der Roadmap sprechen. Es gibt ein neues Krieger-Unterstützungsziel, so hat er es übersetzt, zusätzliche Verbesserungen geplant in der Roadmap, die wir zu Beginn des Jahres veröffentlicht haben, sagten wir, dass negative Erfahrungen mit einseitigen Spielen einen erheblichen Einfluss auf das Verlassen neuer Krieger hatten, also Krieger sind quasi die Spieler, und dass wir unsere ursprüngliche Richtung ändern würden, um diesen Spielern eine bessere Erfahrung in das Spiel zu bieten. Als Ergebnis der Änderungen, die wir am Tutorial und der KI-Matchmaking vorgenommen haben, sehen wir im Februar und März deutliche Verbesserungen in unseren Metriken. Wir hören jedoch nicht auf. Wir arbeiten an einer Reihe von zusätzlichen Verbesserungen, um neuen Kriegern zu helfen, sich in das Spiel einzuleben. Also das ist wirklich so ein Ding, das stört ja nicht nur neue Spieler, die daraufhin abspringen, sondern mich stört es auch sehr, weil ich spiele eigentlich fast ausschließlich Ranked, und selbst in Ranked, ich bin momentan Silber oder Gold oder irgendetwas, und selbst dort werde ich die ganze Zeit mit komplett neuen Spielern gematcht, obwohl ich ja schon ein sehr, sehr erfahrener Veteran bin. Ich war in der, bevor das Resetted wurde, Platin, ja, und habe dann nicht mehr weitergespielt, eigentlich eher Pred gespielt, aber trotzdem spielt man da teilweise mit Spielern, die nicht wissen, was man machen muss, und das ist für die Spieler selber natürlich ja sehr frustrierend, und für die Veteranen, sage ich jetzt mal, natürlich auch, wenn das Matchmaking da nicht funktioniert und wenn die Leute das Spiel halt nicht schnell genug lernen können. Das ist natürlich für die neuen Spieler etwas frustrierender, weil wenn ihr dann in das Game, ihr ladet euch das for free runter, dann spielt ihr das, ihr rafft gar nichts und denkt, ja, okay, so geil ist das Game nicht, das ist für euch natürlich sehr kacke, und dadurch gewinnt das Spiel nicht mehr neue Spieler hinzu, beziehungsweise die es hinzugewinnt, die spielen das kurz und denken dann, yo, ich habe keinen Bock mehr, das Game macht irgendwie keinen Spaß, macht keinen Sinn, weil sie es halt einfach nicht verstehen. Sehr, sehr großes Problem, deswegen wächst das Game halt momentan auch nicht. Ja, also es gibt einmal einen neuen Starterpass, Verbesserung des frühen Einstiegsfahrts, im Anschluss an die Überarbeitung des vorherigen Tutorials, möchten wir auch den frühen Einstiegsfahrt für neue Krieger verbessern. Da werden wir einen neuen Starterpass erstellen und System hinzufügen, um unseren Kriegern ein positives Erlebnis zu bieten. Wir arbeiten auch daran, Krieger, die schon eine Weile spielen, angemessen zu belohnen. Also auf das Belohnungssystem bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich denke, es sollte ein richtig gutes Progress-System geben. Das Progress, was es momentan gibt, das reicht mir momentan. Ich habe noch nicht alle Helden freigespielt. Ich glaube, Nabesh fehlt mir noch. Und FaZe, ich glaube, das sind die einzigen beiden, die ich noch freispielen müsste, aber ich spare halt immer, bis ich den nächsten Helden kaufen kann, der rauskommt. Also ich, darauf spare ich dann. Ich spiele ja halt Pred und Overprime so ein bisschen im Wechsel, deswegen bin ich da nicht so krass am Reinsuchten. Aber ja, das ist so das Ding. Da bin ich mal gespannt, wie der neue Starterpass aussehen wird, ob das dann so auch Rotations gibt und wie man da so reinkommt. Genaueres haben sie jetzt noch nicht verraten, aber schon mal cool, dass die neuen Spielern da helfen wollen. Empfohlene Gegenstände und Verbesserungen des Gegenstandsfensters, also der Shop, wir werden ein System hinzufügen, das Gegenstände empfiehlt, basierend auf den von Top-Kriegern verwendeten Gegenständern. Das kenne ich schon aus so Mobile-Mobas, wo man sich Builds quasi im Shop auswählen kann von Top-Kriegern, die mit einer hohen Win-Rate, mit einer hohen bla bla bla. Einerseits ist es natürlich schade, weil es so ein bisschen das Builds testen und so wegnimmt. Weil wenn ich weiß, okay, der Platz 1 ADC-Spieler benutzt immer dieses Build und der Platz 2 und der Platz 3, die nehmen das auch, dann brauche ich ja nicht mehr in irgendwelche Builds reingucken und irgendwas zusammenstellen, weil ich kann ja einfach irgendwas auswählen. Also ist halt ein bisschen schade, weil theoretisch, wozu gibt es dann noch Builds, wenn man einfach mit einem Auto-Buy-System Sachen kaufen kann? Also dann muss es schon so wie ein Pret sein, dass wenn die Gegner A bauen, so ein Schere-Stein-Papier-System, ne? Wenn die Gegner A bauen, dann baue ich B, wenn die Gegner C bauen, dann baue ich A, ne? Dass man immer die Sachen auskontern muss, was die Gegner halt gerade haben, damit man optimal spielen kann, weil das ist eigentlich der Sinn und Zweck eines Item-Shops, weil ansonsten könnte man ja auch wieder zu den Decks zurückgehen oder so, ne? Also wenn jeder dann einfach dasselbe spielt, weil es einfach das Beste ist, das darf halt nicht sein. Aber ansonsten ist es cool, weil man braucht sich dann nicht um Builds kümmern und kann einfach das nehmen, was vorgeschlagen wird. Finde ich sehr, sehr geil. KI-Kampf-Modus und neuer Modus. Wir werden KI-Kämpfe und Anfängerkrieger hinzufügen, in denen sie trainieren können, nachdem sie ihre Konten erstellt haben. Wir haben auch das System überarbeitet, um verschiedene Modi zu experimentieren und sie schnell zu implementieren. Wir planen mehr zu experimentieren, sobald diese Änderung stabiler wird. Okay, das heißt, man kann mehr gegen KI kämpfen, was ja auch ganz cool ist, mal gegen Bots erstmal zu üben, Helden auszuprobieren und so weiter. Das finde ich cool, weil, also die Bots müssen halt auch cool werden und am besten auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden funktionieren, damit man wirklich erstmal lernen kann, gegen Bots zu spielen und ja auch einfach neue Helden zu testen, die man gerade erst gekauft hat, bevor man dann ins Quick-Battle geht. Meiner Meinung nach müsste man erstmal mit einem Held, wenn man den kauft, erstmal Bot-Spiele gemacht haben, vielleicht drei Bot-Games gewonnen, dann vielleicht drei Quick-Match-Games gewonnen und dann darf man mit diesem Held in Ranked oder so. Wo dann kommt Glückwunsch, du hast jetzt den Helden für Ranked freigeschaltet, du darfst den jetzt hier benutzen. Das fände ich sehr cool. Würde auch Smurfern das Game ein bisschen zur Hölle machen, sage ich jetzt mal, weil, wenn du andauernd dir Smurfs erstellst und dann irgendwelche Leute in Low-Elo-Stomps, das sollte halt auch nicht sein, dann, dafür gibt's ja Quick-Battle, ja, dann wird man denen das halt ein bisschen schwerer machen. Fände ich auf jeden Fall cool. Ja, und was die mit neuen Modis meinen, finde ich ein bisschen komisch. Also an sich fände ich's cool, wenn's neue Modis gibt, andererseits spielen ja schon den normalen Modus zu wenig Leute, von daher weiß ich nicht, ob das so eine coole Sache ist, jetzt schon irgendwelche neuen Modis reinzubringen. Vielleicht gibt's ja aber auch einen Modus, der viel mehr Spaß macht, als das MOBA-System, was wir jetzt da reingebracht haben. Ähm, wer weiß. Okay. Zeitplan angepasst, um die Heldenqualität zu erhöhen. Aha. Als wir die Roadmap ankündigen, sagten wir, dass wir zwei Helden-Updates pro Monat anstreben. Wir haben jedoch festgestellt, dass das Hinzufügen von zwei Helden und das Modifizieren von beiden in so kurzer Zeit es schwierig machen könnte, Verbesserungen vorzunehmen. Daher gehen wir zu einem Zeitplan von einem Helden pro Monat über, um Abwechslung und Qualität zu gewährleisten. Daher werden wir nach der Veröffentlichung des ursprünglichen Helden Mako im März, Drongo im April, Greystone im Mai, den ursprünglichen Helden Adele im Juni veröffentlichen und den Rest der Helden nacheinander ebenfalls aktualisieren. Das heißt, jetzt im April kommt Drongo noch, im Mai wird Greystone zu uns stoßen und dann gibt es den dritten Unique-Helden, den Original-Helden, Overprime-Original-Helden Adele, der ja ein Tank ist. Über den haben wir auch im Podcast schon mal gesprochen. Falls ihr unseren Podcast nicht abonniert habt oder noch nicht reingehört habt, macht das. Da sprechen wir jede Woche über Pred und Overprime und die Neuerungen, was wir davon halten und so weiter, noch ein bisschen ausführlicher und diskutieren darüber und beantworten natürlich auch Zuschauerfragen, die uns gestellt werden. Also gibt es auf Spotify und auf YouTube-Podcasts, also gönnt da gerne mal rein, alle Infos dazu. Einfach auf meinen Kanal klicken, dann auf der Startseite seht ihr es. Yes, also ja cool, finde ich gar nicht schlecht, weil bei Pred kommt ja auch jeden Monat ein neuer Held, von daher habe ich dann immer zwei Wochen Zeit, jeden Helden zu testen und zu spielen. Das ist eigentlich ganz cool und also jeden Monat reicht mir. Mir wird es auch schon fast alle anderthalb Monate reichen, wenn dazwischendrin immer noch mal ein Balance-Patch kommt. Fände ich, wäre das in Ordnung, weil ich komme ja schon gar nicht dazu, jetzt alle Helden zu spielen und das wird ja dann auch immer unübersichtlicher. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Ja, so. Zweitens möchten wir über die zukünftige Entwicklungsrichtung sprechen. Es sind etwa fünf Monate vergangen, seit Paragon, der Overprime im Early Access begonnen hat. Wir möchten unseren Kriegern für das Spielen und das Geben großartigen Feedbacks danken. Ah ja, in den letzten fünf Monaten haben wir lang und intensiv über die verbleibenden Probleme nachgedacht, die in den Rückmeldungen der Krieger und in der Datenanalyse identifiziert wurden. Wir bereiten einen Verbesserungsplan vor, um unseren zahlreichen Kriegern einen zufriedenstellenden Service zu bieten. Wir wollten ihnen allen die Richtung der Verbesserungen mitteilen, die wir planen. Jetzt geht's los. Den Kernspaß verstärken. Einzigartige Heldenpassive. Passive Fähigkeiten, die für Helden einzigartig sind, ermöglichen eine größere Kompatibilität zwischen den Helden und mehr Individualisierung. Helden werden durch diese einzigartigen, passiven, solidere Identitäten mit ihren eigenen, besonderen Merkmalen und Eigenschaften erhalten. Also, finde ich krass, weil das ist ja jetzt eine 1 zu 1 Kopie von Pratt, dass jeder Held noch zusätzlich eine Passive bekommen soll. Das war ja in Paragon früher auch so. Ich bin ein Riesenfan von passiven Fähigkeiten, gerade weil, wenn jeder Held wirklich eine Passive hat, dürfte es keine passiven, aktiven Fähigkeiten mehr geben. Also, jeder Held hat ja 4 Skills, sagen wir es mal so, ne? Und da dürfte keine Passive dabei sein, meiner Meinung nach, wie bei Iggy und Scotch zum Beispiel. Die müsste dann rausnehmen und die müsste dann einfach passiv werden. Das fände ich viel, viel geiler. So, wie es bei Pratt momentan ist. Ich finde es schon ein bisschen krass, dass sie einfach so sagen, jo, wir machen das jetzt halt einfach auch. Ja, aber an sich sage ich ja trotzdem immer, guckt euch das Gute von Pratt ab und die von Pratt sollen sich das Gute von Overprime angucken und am Ende werden beide Spiele geil. Das wäre doch cool. Trotzdem sollten die Games so ihre Identität beibehalten. Aber trotzdem finde ich das eine sehr, sehr coole Änderung. Hat halt so ein Geschmäckle, dass sie es so ein bisschen kopieren, aber andererseits haben sie es ja auch von anderen MOBAs oder so kopiert. Von daher finde ich es eine geile Sache. Ich bin gespannt, welche passiven Fähigkeiten die Helden da so bekommen und wie das dann mit dem Balancing aussieht. Aber coole Sache. Verbesserung des Lane-Kampfs. Jetzt geht's los. Für mehr strategische Aktionen im frühen Lane-Kampf planen wir die Erfahrungspunkte für das Eliminieren von Gegnern in einer Lane anzupassen, Gold in Lanes zu erhöhen und die Schwierigkeit des Zurückkehrens zu einer Lane zu verringern. Das heißt, wenn man kämpft, soll man mehr Erfahrung auf der Lane bekommen, man soll mehr Geld auf der Lane bekommen und man soll es schwerer haben, zurück auf die Lane zu kommen. Aha. Insbesondere machten die schnellen Gesundheits-Mana-Regenerationen im Sprint-Modus Sprung, Sprung, also Sprungkissen-Jump-Pads und Stützpunkte den Lane-Kampf weniger wichtig und verringerten die Verluste in den Lanes. Daher werden wir diesbezüglich erhebliche Verbesserungen vornehmen, um den Lane-Kampf selbst wichtiger zu machen. Also, okay, sie meinen, dass wenn du back zurückgelaufen bist oder einfach woanders hingelaufen bist, konntest du dich einfach wieder hochheilen, dich in die Base-Porten mit dem Jump-Head wieder zurückspringen und du hast halt keine, du bekommst aktuell nicht so wirklich Bestrafungen dadurch, dass du von der Lane runter musst, um eben, ja, dich zu heilen oder sowas, ne, weil du kannst da wenig, in der Zeit eigentlich weniger Erfahrung und Gold sammeln, weil du nicht auf der Lane musst und das wird halt zu wenig bestraft aktuell, das wollen sie anpassen. Finde ich auch eine coole Änderung. Erweiterte Erstellung variabler Elemente. Wir planen die folgenden Verbesserungen, um sicherzustellen, dass das Spiel immer wieder Spaß macht und jede Runde frisch wirkt. Anpassung der Gegenstandsbalance und hinzufügen neuer Gegenstände. Neue Gegenstände finde ich ein sehr geiles Ding, weil ich finde, das sollte regelmäßig passieren, auch in Pred, dass regelmäßig, sagen wir immer, mit jedem neuen Helden kommt ein neuer Gegenstand hinzu. So, das ist nicht viel, aber es würde schon mal ein bisschen was aufrütteln. Das Kaufen von Gegenständen ist ein wichtiges strategisches Element, das sowohl das Spiel als auch die Helden erheblich beeinflusst. Obwohl die jüngsten Anpassungen der Gegenstandsbalance zu einer größten Vielfalt an verschiedenen Gegenständen geführt haben, glauben wir, dass die strategische Vielfalt immer noch unzureichend ist. Daher werden wir wenig genutzte Gegenstände verbessern und neue Gegenstände hinzufügen, um strategische Entscheidungen in verschiedenen Situationen zu fördern. Sehr gut. Hinzufügen von Zauber in Klammern vorläufiger Name und, ja, Destroyer Stone und Dekima Gemstone Ach nee, sorry, Hinzufügen von Zauber und Charakteristika-Systemen in Klammern vorläufiger Name. Wir werden Gegenstände wie Destroyer Stone und Dekima Gemstone die Variablen minimieren, entfernen und ein Zauber-System hinzufügen. Wir hoffen, dass dies den Kriegern die Möglichkeit gibt, strategisch Startgegenstände basierend auf ihren Verbündeten und Feinden auszuwählen. Zusätzlich fügen wir ein Charakteristik-System in Klammern vorläufiger Name hinzu, um mehr Variation und Strategie im frühen Lane-Kampf zu schaffen. Okay, also die wollen die Start-Items, Destroyer Stone ist ja das Jungler-Item und Dekima Gemstone sind die normalen Gemstones, die man hat, ne? Die Start-Items wollen sie entfernen und Spellstones oder Spells hinzufügen. Was das sein wird, kann ich jetzt nur mutmaßen. Vielleicht sowas, dass jeder, dass jedes Start-Item verschiedene aktive Fähigkeiten hat, die man einsetzen kann. Einer ist ein Blink, einer ist vielleicht, ähm, dass man sich kurz heilen kann und sich dadurch gegen Poke schützt. Einer ist vielleicht, dass man sich ein Schild gibt. Ich hab keine Ahnung, aber Spells klingt nach was Aktiven, meiner Meinung nach. Da bin ich mal gespannt. Also die Start-Items sollen überarbeitet werden. Die fand ich jetzt nicht so problematisch. Es hat halt jeder einen Blink gehabt, außer der Jungler und der Supporter. Ja, okay. Ich bin mal gespannt. Und was auch immer ein Charakteristik-System ähm, sein soll, ich hab keine Ahnung. Vielleicht sowas wie, ich weiß es nicht. Ja, ich fand ja das System bei Fault geil, ne? Dass man, dass man immer, wenn man, ähm, bestimmte diese Favor-Punkte gesammelt hat, da war es so, wenn du Objectives gemacht hast, Tower zerstört und so weiter, dann hast du Favor-Punkte bekommen und durch diese Punkte konntest du, ähm, eins von drei Werten erhöhen. Zum Beispiel Angriff, ähm, also physischen Angriff, äh, deine Leben oder deinen magischen Angriff. Und wenn du, weiß nicht, fünf Punkte ausgegeben hast, dann hast du einen, konntest du zwischen mehreren Skills wählen, sag ich jetzt mal, ne? Sagen wir mal, Schaden über Zeit oder schnellere Mana-Regeneration oder so. Und das war halt sehr, sehr geil, weil du konntest, deinen Helden konntest halt entscheiden, nimmst du, skillst du eher ein Leben, skillst du eher ein Angriff, ähm, skillst du eher Magie oder skillst du eher physischen Schaden und, ähm, das ist halt nicht, das war halt basierend auf Objectives, fand ich, was ich halt sehr, sehr cool fand, ne? Das ist eigentlich eine richtig geile Sache, dass du halt nicht einfach nur rumläufst und Kills machst, sondern wenn du Objectives holst, dann kriegst du eben diese Punkte und kannst die ausgeben. Das fände ich für ein MOBA ein übel geiles System, aber dafür bräuchte man mehr Objectives als nur einen Turm auf der Lane. Ähm, ja, das fände ich halt sehr cool. Mit den Harvestern war es ja bei Paragon auch damals, die waren ja im Jungle, da konntest du, die Harvester, die haben die ganze Zeit Geld gesammelt und du konntest aber das Geld von den Gegnern klauen. Das fand ich sehr, sehr cool. Wenn es so eine Struktur im Gegner-Jungle gäbe, wäre es halt schon ein geiles Ding, weil man dann entweder, wenn man Tower kaputt macht, oder wenn man die Struktur im Gegner-Jungle beschädigt, dass du dann diese Favor-Punkte sammelst und dadurch kannst du noch irgendwelche besonderen Skills freischalten für dein, vielleicht auch für das ganze Team, ne, dass das Team dann, ähm, sowas wie ein, wie ein Raptor-Buff, ne, nur dass das halt auf Objectives geht und eben nicht nur auf Jungle-Minions oder sowas. Das wäre halt geil, ne, dass du dann einen permanenten Buff bekommst, zum Beispiel, wenn du dann 100 oder 5 von diesen Favor-Punkten bekommen hast, dann laufen alle 3% schneller oder halten 5% länger aus, so wie es die Raptor jetzt sind oder so, oder dass man halt einfach die Punkte selber verteilen könnte. Alles Spinnereien, aber es wäre doch ein geiles System, oder? Schreibt mir, was ihr davon haltet in den Kommentaren. Okay, Verbesserung der Portale. Paragon the Overprime zeichnet sich durch einen schnellen, Flottenkampf aus. Portale sind strategische Karten-Elemente, die manchmal dazu verwendet werden können, das gegnerische Team schnell zu gruppieren und zu teilen und das, und oder als Fluchtmittel. Wir glauben jedoch, dass Portale falsch und zu häufig verwendet werden, was sie für Solo- und Duo-Lane-Krieger problematisch macht. Daher planen wir Verbesserungen, um dieses Problem für betroffene Lanes zu minimieren, indem Krieger klarstellen, wohin sie gehen und was sie tun, wenn sie ein Portal benutzen, damit Solo- und Duo-Lane-Krieger sich besser darauf vorbereiten können. Aha. Okay. Damit Krieger klarstellen, wohin sie gehen und was sie tun, wenn sie ein Portal benutzen. Aha. Wie wollen wir das machen? Also man kann ja pingen, ich kann ja pingen und sage, hey, ich greife jetzt, ich bin jetzt der Solo-Laner, ich greife jetzt die Duo-Lane an und gehe durchs Portal, dann kann ich ja da pingen. Aber wie wollen sie das klarstellen, dass man das macht? Muss man dann, wenn man durchs Portal geht, sagen, ich gehe jetzt durchs Portal, um den Prime anzugreifen oder was wollen? Also da bin ich mal gespannt, wie sie das machen wollen. Ja, aber an sich ist cool. Ich finde die Portale cool. Ich finde das Portal, meiner Meinung nach dürfte es nur ein Portal von der Solo auf die Duo-Lane geben und das innere Portal sollte weg sein. Ich finde es kacke, dass wenn du den Prime machst, dass du damit sofort zum Raptor gehen kannst, weil du kannst schlecht counterplayen. Also wenn das eine Team gerade den Prime macht, dann kann das andere Team ja theoretisch gerade den Raptor machen, aber einer kann ja rübergehen und theoretisch kann es auch der Jungler sein, der dann einfach rübergeht und smitet. Das ist halt schon, finde ich irgendwie blöd. Also von ganz rechts nach ganz links fände ich noch okay, dass man da hin kann, aber von Mitte zu Mitte finde ich blöd, das Portal würde ich gänzlich entfernen. Dann wäre ich auch fein mit dem Portal. Und ich finde, wenn man durch ein Portal geht, müsste das trotzdem irgendwie noch 5 Sekunden für alle aktivierbar sein, dass man einfach hinterherlaufen kann, wenn da einer durchhuscht, dass man da trotzdem hinterherlaufen kann. Das fände ich besser. Okay, Verbesserung des Prime Guardians, jetzt kommt's. Wir haben 3 Hauptprobleme beim Prime Guardian festgestellt. Erstens, der Mangel an strategischen Optionen nach dem Besiegen eines Prime Guardians. Zweitens, einige unangenehme Empfindungen, die aus dem Kernschaden entstehen, der von Schockwellen verursacht wird. Yes. Drittens, das Besiegen eines Prime Guardians gibt dem Team einen überwältigenden Verteidigungsvorteil. Yes. Das stimmt. Also, alle 3 Sachen sind richtig. Ich finde, der große Prime ist momentan richtig Mist. Ich finde, ich will den Prime Dunk wiederhaben oder eben einen Prime Buff. Alles davon wäre besser als das, wie es jetzt ist. Weil du machst den und dann hat der Core irgendwann 1%, dann läuft ein Minion rein, schießt einmal und dann war's das. Also, es fühlt sich sehr unbefriedigend an, so zu gewinnen und es fühlt sich auch unbefriedigend an, so zu verlieren. Finde ich kacke. Und alle kloppen sich ständig nur um diesen Prime, weil das der einzige Weg ist, zu gewinnen. Okay. Zunächst werden wir an den verschiedenen strategischen Optionen vornehmen, die Teams zur Verfügung stehen, um Prime Guardians zu besiegen und ihnen einen klaren Vorteil zu verschaffen, damit sie verschiedene Strategien und Taktiken in Betracht ziehen. Wir werden euch, wir werden auch den Schaden der Schockwellen am Kernverursachen entfernen und erwägen, den an Türmen und Inhibitatoren verursachten Schaden anzupassen. Okay, also er soll, man soll verschiedene Wege haben, den Prime einzusetzen und Schaden am Core weg, finde ich schon mal sehr gut und weniger vielleicht Schaden an den Türmen. Ja, okay, das finde ich in Ordnung. Also, wenn man Inips damit kaputt machen kann, finde ich, oder schwächen kann, finde ich das okay, aber ich finde es blöd, dass der Kern davon kaputt geht, weil dann rennst du einfach nur noch rein, du hast keine Inips mehr und dann machst du ein Damage und dann kannst du dich einfach nicht mehr dagegen wehren. Dann kann er auch direkt kaputt gehen. Weiterentwicklung des Kopfgeldsystems. Ach so. Äh, anzupassen. So, schließlich werden wir Einschränkungen für die Umstände hinzufügen, unter denen ein Solospieler einen Prime Guardian besiegen kann, damit das Entfernen des Guardian Buffs eine Überraschung schaffen kann. Aha. Also die, okay, die wollen es machen, dass man als Solospieler den Prime killen kann und dass das kein Team-Buff mehr, äh? Die wollen, dass man Solo den Prime machen kann. Warum? Oh, jetzt mal ohne Scheiß, Leute, wenn ihr das Game verfolgt, drückt jetzt mal Stopp und schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Da würde mich jetzt sehr eure Meinung interessieren, ich brauche das auch für den Podcast. Findet ihr das gut, dass man so einen wichtigen Buff wie den Prime alleine machen kann? Oder was sagt ihr dazu? Ich meine, momentan, da gab es ja auch diesen Exploit, sag ich mal, wo man sich an die Treppe stellen konnte und als Carry einfach draufballern, ohne dass einem was passiert. Aber findet ihr das gut? Schreibt mir eure Gedanken bitte in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ich würde da gerne beim Podcast drüber sprechen. Okay, Weiterentwicklung des Kopfgeldsystems. Das Kopfgeldsystem soll eine Wende einleiten, erfüllt derzeit jedoch nicht seinen Zweck. Wir planen konkrete Verbesserungen an der Struktur des derzeitigen Kopfgeldsystems, damit es von benachteiligten Teams als Methode zur Kehrtwende in der Schlacht genutzt werden kann. Kopfgeldsystem ist das, wenn du, sagen wir mal, 5-0 stehst, dann wird dein Kopfgeld immer höher, ne? Bounty System. Das heißt, wenn du einen besonders starken Spieler tötest, dann bekommst du mehr Geld für seinen Kill, ne? Dadurch sollst du wieder ein bisschen zurückkommen können ins Game, wenn du halt starke Spieler killst, ja. Und das funktioniert momentan nicht so. Bei Pred ist das sehr, sehr geil gelöst eigentlich. Da finde ich es sehr gut. Hier ist es halt, ja, ist ein bisschen zu wenig noch. Einführung des Mastery Systems. Yeah, oh, Zucker, Wir planen, ein Mastery System ähnlich dem ursprünglichen Paragon hinzuzufügen. Wir gehen in die Richtung, die Spieler mit Mastery Skins für das Spielen ihrer Lieblingshelden zu belohnen. Sehr geil. Wir denken, dass Erhöhungen des Community Levels ein weiteres Element des Spaßes für Krieger sind. Daher planen wir, den Kriegern Belohnungen zu geben, um zu feiern, wenn sie ihr Community Level erhöhen. Sehr geil. Also, erstens kannst du deine Helden leveln, was ich sehr geil finde, weil oft muss ich zum Beispiel einen Helden spielen, den ich eigentlich gar nicht so gerne gespielt hätte in dieser Runde, aber dann freue ich mich, dass ich wenigstens Erfahrungspunkte dafür sammle, dass wenn ich diesen Held irgendwann mal mastern will, weil ich alle anderen schon gemastert habe, dass ich dann, ähm, ja, einfach noch Erfahrungspunkte bekomme und dann einfach was sammle. Außerdem ist es cool, wenn man Belohnungen bekommt, zum Beispiel bestimmte Skins für Level 50 ein Skin oder so oder einfach Recolors von bestimmten Helden oder irgendwelche Sachen, die man einfach freispielt, indem man das Game einfach zockt und sein Account Level steigert. Finde ich sehr, sehr cool, dass es da was reinkommen soll. Für mich ein sehr, sehr wichtiges Ding, das vermisse ich in Pratt sehr, ähm, ja, bei Pratt gab es jetzt Belohnungen nach der Season, aber trotzdem fände ich es einfach cool, wenn man Sachen freispielen könnte. Zusätzlich zu den oben genannten Änderungen arbeiten wir an folgenden Verbesserungen, um eine noch bessere Spielumgebung zu schaffen. Erstens, Behebung einiger identifizierter Fehler. Okay, spektakulär. Zweitens, Verringerung eines, äh, Teils der Abklingzeit beim Abbrechen einer Fähigkeit oder der Ultimativen. Ähm, finde ich auch eine sehr, sehr geile Sache, weil die Ultimates oder beziehungsweise die Fähigkeiten werden, gehen komplett auf Cooldown, wenn du unterbrochen bist. Ne, du machst deine Ulti und du bist danach komplett auf Cooldown und das finde ich halt manchmal ein bisschen blöd, weil, ja, du hast dann irgendwie, kannst deine Ulti einfach gar nicht mehr einsetzen. Ähm, da finde ich, müsste es so ein Zwischending geben, dass man einfach, ja, wenn man unterbrochen wird, irgendwie nur, ähm, weiß ich nicht, 15 Sekunden Cooldown oder so auf seine Fähigkeit bekommt, anstatt irgendwie anderthalb Minuten. Dass du es vielleicht im Kampf noch eine Chance besteht, sie vielleicht noch mal einsetzen zu können, weil in der Zeit haben alle anderen ja auch ihre Stunts wieder. Das fände ich auf jeden Fall cool. Ähm, ja. Ähm, UI-Verbesserungen, Verbesserungen der visuellen Effekte, indem die Verfügbarkeit der Ultimativen in den Lebensbalken der Verbündeten angezeigt wird. Sehr cool, das finde ich auch geil, dass du siehst, welche deiner Mates hat noch eine Ulti-Ready und wer nicht. Ähm, seht ihr jetzt in dem Gameplay, wenn ihr jetzt da links sehen würdet, dass die Muriel noch ihre Ulti-Ready hätte, dann könnte ich ja eher reingehen. Oh, die, die stirbt, oder? Alter, kriegst du sie noch, keine Ahnung. Ach, du Scheiße. Ich kann da nicht hingucken, wie ich Quangspieler. Naja. Weiter geht's. Äh, Kunstverbesserungen. Verbesserungen der allgemeinen Qualität von Beleuchtung, Texturen, Animationen und so weiter, ja. Die, die sind halt noch auf Unreal Engine 4, äh, da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass sie auf 5 wechseln, wie bei Pratt, weil bei Pratt sehen die Belichtungen und sowas schon um einiges geiler aus. Allerdings kann man auch in einem Unreal Engine 4 Game noch sehr, sehr viel rausholen. Also so ist ja, ihr habt ja alle, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, Uncharted oder Last of Us oder gesehen, wie geil die Games aussehen können. Jo, Verbesserungen des Watcher Eye Systems, also die Wards. Anpassungen für mögliche Fairness-Probleme bei der Installation eines Watcher Eyes an schwerreichbaren Orten. Ah, dass du, wenn du dein Ward an Orte stellst, wo man nicht rankommt. Okay. Verbesserungen des Bush-Systems, Offenlegung der Position des Angreifers für eine festgelegte Dauer, wenn der Feind von einem Bush ohne Sichtlinie angegriffen wird. Halleluja. Oh, Halleluja. Das heißt, wenn du jemanden angreifst, ähm, dann wirst du, ja, dann wirst du aufgedeckt, wenn du im Bush bist, ne? Oh, das frage ich, ey, das ist schon seit November oder seit, keine Ahnung, wann war der erste Playtest im Juli oder sowas? Seit diesem Test sagen wir, du musst aufgedeckt werden, wenn du im Bush stehst. Das ist, oh, das ist so ein Crap, dass man einfach unsicht beim Bush stehen kann. Also, wenn man drinsteht, man muss sich bewegen können und so, aber sobald man rausschießt, muss man, äh, muss man aufgedeckt werden für eine Sekunde oder so wenigstens. Ähm, Anpassung der Regenerationslogik Position von Dschungelmonstern. Arbeit an der Schließung der Wachstumslücke zwischen Helden auf Dschungelposition. Aha, okay, ähm, was auch immer das heißen soll, Regenerationslogik Position von Dschungelmonstern. Wann die, wann die wieder zurücklaufen und sich regenerieren oder was? Arbeit an der Schließung der Wachstumslücke zwischen Helden auf Dschungelposition. Aha. Wir haben viele weitere Verbesserungen in der Arbeit und wir werden immer für alle Krieger da sein, die Paragon, die Overprime weiterhin leben, damit wir den bestmöglichen Service bieten können. Vielen Dank. So, das ist die, das sind die Änderungen der Roadmap. Ansonsten haben wir jetzt keine, ähm, ja, keine neuen Infos bekommen. Wir wissen, ein Held pro Monat viele neue Verbesserungen, die ich sehr, sehr geil finde. Ähm, für mich sind die wichtigsten Verbesserungen aber immer noch nicht drin, und zwar, dass die Lanes, also die Minions gestärkt werden sollen. davon ist weiterhin keine Rede. Ähm, klar, man soll mehr Belohnungen bekommen, wenn man auf der Lane bleibt und auf der Lane fightet, aber meiner Meinung nach sollten ja die, ähm, Minions, die auf der Lane pushen oder einen Slowpush machen und so weiter, die sollten ja auch alleine, ohne dass man auf der Lane ist, ähm, pushen können. Das ist für mich die wichtigste Änderung, die ich mir eigentlich wünschen würde. Die ist nicht drin momentan und ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr schlimm. Aber anscheinend wollen die da nichts weiterhin zu machen. Ich bin gespannt. Diskutiert doch gerne mit uns im Podcast darüber, ähm, ja, den, den werden wir aufnehmen. Schreibt mir deswegen heute, wenn ihr das Video heute guckt, heute ist der 19., ne, schreibt mir deswegen alle eure Fragen, die ihr im Podcast, ähm, beantwortet haben wollt, in die Kommentare hier. Ich werde da reinschauen und dann quatschen wir über die Kommentare der Roadmap. Generell, falls ihr sonst noch Kommentare, ähm, beantwortet haben wollt im Podcast, schreibt die einfach überall hin oder kommt in den Discord vorbei und stellt dort eure Fragen. Das fände ich sehr, sehr cool. Bis dahin, ähm, hier findet ihr einen Link zur aktuellen oder das Video zum aktuellen Podcast, der herauskam. und hier unten findet ihr die Playlist, wo dann alle Podcasts drin sind. Da könnt ihr ja dann reinschauen. Bis dahin, ich wünsche euch was, stay calm und tschüss. bis dahin, bis dahin, bis dahin.